Willkommen zurück zu der NST-Warrior 7! Wir sind ja wieder und der Hacktien-Jung mit Ciao Yuan! Das Uneil ist jetzt schon ausgesprochen, denn ich hab Ciao Yuan gesagt und das weiß nichts zu gewissen. Beide Parts mit ihm waren Fail! Habe ich rumgefailt, einmal Befehlshaber dauernd, einmal wusste ich nicht, was man machen muss, ja. Bring mir diesmal Glück, Alter! Gegen Yuan-Jung, der anderen Bogenschützmeister hier, das Wunderkind von Wei, der Bogenschützen. Wunderkind. Ah, sagt man so, ne? Kind ist er ja schon lange nicht mehr, ne? Ist auch kein Kiddy mehr hier, superfeil, superfeil, macht was immerhin superfeil macht, macht er sich und Gegner ran, durchbohrt ihn, bis er aufgespießt ist, so. Das hier, das geht auf keine Kuh, Gott, Manni, wie seid ihr denn hier? Das ist ja nicht mehr witzig. Tschüss, Mann! Das hört nicht auf! Das hört hier niemals auf! Was soll denn das? Bitteschön! Toine, da gibt's halt noch einen! Der geht aufs Haus! Ja, geht ja ganz chillig, je mehr normale Gegner sind, umso schneller habe ich mein Musu wieder da und umso schneller geht der liebe Lei-Tong auch baden! Stieeeep! Abwehr durchbrochen und down! Epic! So macht man das, so wird's gemacht und nicht anders hier. Ah, ich seh schon, jetzt ist ein bisschen Skill dabei. Oh, Zhang He! Zhang He, du darfst nicht sterben, mach doch nicht so ne Scheiße, denn dein Leben ist dir bestimmt noch lieb! Oh Gott, mit Zhao Zhang! Och komm, Lian und Zhang He, natürlich waren alles Offiziere von Liu Zhang damals, ja, und die haben sich Liu Bei angeschlossen, aber die haben das schon mal gesagt, glaube ich. Und, tschüss! Super-File-Ford-Win! Lian und Zhang He, also, im letzten Part haben wir ja hier Fake gemacht, und da waren wir Zhang Liao, und Zhang Liao hatte deutlich mehr Schwierigkeiten bei der Offizieren als Xiao Yuan, das liegt aber am Level. Xiao Yuan habe ich oft damit genutzt als Zhang Liao. So, Lian, wie geht's alles aus? Schön, ne, im Pfeilhagel zu stehen. Mach ich auch immer gerne. Oh, wo ist der Pfeil denn hin? Oh, da kommt er hier! Ach, das ist immer wieder lustig. Und stirb! Geh, Baden, geh, sterben! Pff, zu Hölle! Ihr fühlt euch cool, ihr Bogenschütze hier! So kämpft ein richtiger Bogenschütze, my friends! Das ist ja nicht mehr förderlich mit euch hier. Tschüss! Alter, ihr bestätet einen Angriff vom Pro? Pro seines Faches. Xiao Yuan. Na, man kann auch Xiao Yuan sagen. Meine alten Dynasty Warriors ja immer so. Aber egal. Xiao Yuan, das wird sich besser. So, jetzt müssen wir den anderen Berg hoch. Da ist der Mount Key, wenn ich mich recht erinnere. Der Berg, den sie unten gehört natürlich der Weiherme. Und da ist doch der Berg, den sie tun. Schauen wir es lieber nach. Ne, steht ja nicht. Na gut, werden wir noch fahren. Ne, 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 ne. Wir haben den Berg, den sie tun. Das passt schon. Oben ist der, der Mount Key. Also Key geschrieben. Ja. Es geht jetzt schön in meine Runde. Ganz hoch, spiralförmisch. Da schwindel ich wieder. Tut mir sorry. So dumm, sagt der, der nur Deutsch spricht wie Yoda. Oder Englisch spricht halt, ne. Schuhbogenschützen greifen an. Ja, was wollt ihr denn? Mauram, ey. Das ist ja nix hier. Ich bin ja Bohr-Bogenschütze hier. Ich zeig euch mal, wie man hier Bogenschießt. Das ist ja nix hier. Das kann ja sogar meine Großmutter. Schau, Jans. Großmutter ist ja ein besserer Bogenschütze. Bogenschützin. Ah, schau, alle down. Was ist das denn? Was ist denn das? Drei Chinese mit nem Bogen, ja. Oder einer mit Doppel-Wugur. Wusch, oder wie man's ausspricht. Das ist ein ganz komischer Name. Hier ist es wie Darth Maul bei Star Wars. So ein doppeltes Schwert halt, ne. Doppel-Wusch. Wie spricht man das aus? Wugur geschrieben. Ihr Fails war vorprogrammiert. Es war auch so klar, dass wieder irgendeine Scheiß passiert. Schau, Johan, du bist ein Pechvogel. Du hast nur Pech. Ich weiß nicht warum. Denn du bist ein netter und cooler Typ. Oh ja, und einer meiner Lieblingscharaktere. Du hast Style und bist wirklich cool drauf. Immer mit guten Sprüchen dabei. Aber, naja, lassen wir das. Er hat halt Pech ohne Ende. Mehr Pech als Donald Duck. Ist nicht sehr nett. Weih, ja. Hey, wo ist der Pfeil denn hin? Ach, da kommt der Hund. Jetzt noch mal Freddy. Ja, super Pfeil. Super Pfeil. Durchbohrt ich nicht. Er wehrt es ab. Okay. Du fühlst dich cool mit deiner Abwehr. Hast da auch ein Grund zu, denn du hast mich gerade schön penetriert. Okay. Plum B. Bam. Jo. Epic. Am I'm on level. Da hinten ist es. Es kommt ja im wahrsten Sinne des Wortes wie gerufen. Another enemy pounded into submission. Ja. Kein Problem hier. Oh. Nicht, dass wieder die TV-Karte kein Bock mehr hat. Das war wieder so ein komischer Ton. Egal. Ich hoffe mal, dass es nicht so gehört. Oh, Balliste. Aber nicht zerstören. Uuuuuh. Mh. Mh. Na, zu gilt. Warum nicht? Kann sie nicht zerstören. Gül. Wäre ich doch glatt zum Tier. Ah, nein. Das ist ja nicht mehr witzig hier. Das ist ja nicht mehr witzig hier. Eigentlich hier soll das ja immer witzig sein, wenn ich hier mit Chao Yuan spiele. Komm, ich tier, ich das ja auch immer witzig. Passt ja auch, weil er hat ja auch immer so eine lockere, witzige Art. Aber, das ist nun wirklich nicht mehr witzig. Alter. Ihr ertürt mich. Das ist süß. Nööööö. Das macht ihr mit mir. Ja, fall da noch runter. Ja, ich sag nur, schau, Yuan, ne? Pust. Ja, komm mal runter. Ah. Stattdessen will er sich hochkommen wieder zur Balliste, ne? Ja, natürlich. Was soll ich denn hier machen? Das ist ja wohl... Das ist ja wohl so krank im schweren Modus. Ja, natürlich. Jo, Mom. Jo, Mom is gay. Oh, wie viele Gegner noch, Mann, ey? Geht doch mal ein bisschen Leben hier. Shin-Chi! Du bist doch gar keine Ski, du bist so ein Mann. Alter, mach doch mal die Balliste weg. Was hieß das denn? Und da unten ist noch irgendwer, wer ist... Wie kommt der... Hey, wie kommt der Ender hin? Ich will dich jetzt noch besiegen. Ich will dich besiegen. Faye. Komm mal wieder runter, Mann. Ey, komm doch mal runter und chill ein bisschen. Also sterben möchte ich nicht in diesem Let's Play. Das habe ich mir geschworen und ich werde es auch einhalten. Dieses geile Versprechen und diese Challenge halten. Jo, Faye, komm mal mit. Hast Bock? Ja, die Bergspitze ist endlich da, aber Faye ist auch noch da, Mann. Uhu, ey. Hast gar nicht mitgerechnet, ne? Nicht die Rechnung ohne Faye machen. Balliste kann man doch zerstören. Warum sagt man mir das erst jetzt? Vielleicht wollte ich schon mal gespielt hast, zu sparten. Ja, toll. Und was war mit der anderen Ballisten? Feuer, die man nie zerstören konnten? Sehr merkwürdig. Alter, Faye. Wir waren mal Freunde. Wir waren mal Freunde. Erinnerst du dich noch dran? Nee? Ich auch nicht. Ich auch nicht, my friend, hier. Ah, ja. Nein. Nein. Einfach nein. Scheiß Balliste, du. Du dreckige. Muss ich mich halt hier verstecken hinterm Berg. Da trifft sie mich nicht. Ganz taktische Maßnahmen müssen getroffen werden. So, Abwehr durchbrechen und dann gibt's was aufs Face. Sehr spannend diesmal. Aber geil, wie jede Schlacht mit Shao Yuan. Und tschüss. Stirb. Oh, holy shit. Da hätte er uns erwischen können. Da habe ich voll zahle Musu gemacht. Ja, jetzt sind wir. Das kann man sicher gehen, dass er down ist. Und wir haben Leben. Geil, um Art. Aber nicht genug. Oh, nur 50er Fleischbällchen. Na gut. Oh, hier ist der Berg. Wir haben ihn erklommen, den Berg-Ki. Nein. Fort zu Hölle. Die ganze Schuhe über mich hier. Im nächsten komm schon wieder angerückt. Das geht's doch gar nicht. Doch, boy, voilà. Das ist nicht schön. Ja. Habt ihr auch mal Proviant dabei? Irgendwie so Fleischbällchen oder so. Ich konnte es ganz gerne gebrauchen, ne? So Sozialseite ja nicht, ne? Ich hab Hunger. Bin voll ausgemagert, ne? Könnt' mir mal was abgeben. Na, immerhin. Hä, ist so fies im Schwere Moos. Immer nur 50er Fleischbällchen. So gemein. Na, egal. Oh, wie er sich fühlt. Ah, ne. Das ist nicht, äh, Mount Ki ist Mount Chucky. Okay. Chucky-Chan. Chucky. Chucky. Äh. Naja. Oh, Bogenschütze im Schwere-Modus. Nein, das kann ich da herzuhalten. Die schießen uns ab. Die schießen uns ab, wenn die erstmal zum Zuge kommen. Sind wir sofort tot. Und stiap. Und der nächste Super-File. Geladen und abgefeuert. Und tschüss, Mann. Also, Bogenschütze im Schwere-Modus sollte jeden deines Überheures Freak einbegriff sein. Sofort ausschalten. Wichtig als die ganze Offiziere hier. Oh, yeah. Epic Shit, Mann. Bin aufgeladen. So, jetzt können wir uns um die Assis kümmern. Wai freut sich, dass wir bei ihm sind. Und ihm helfen. Ja, Yan-Yan. Auch so ein alter Geselle. Freund von Huan-Jong. Aber auch ehemals Liu Zhang. Ja, war auch mal in Liu Zhangs Armee. Doch Liu Beys Eroberungsfeldzug. Führt dazu, dass er sich Liu Bei anschließt. Boah, der gibt Plus-8. Warum denn? So ganz einfach Offizieren, na gut. Huuu. Das stinkst du dir so. Keine mit ihren dicken Dings da. Wie diese Klokelle da. Ihr wisst das. Ich meine, so ein Kno-Sau-Knapp. Wie heißen die Dinger? In Farb, mit Fachsprache. Die überhaupt einen Namen? Auf jeden Fall wissen wir, dass Meng Daun ist. Genauso wie der Veteran Yan-Yan. Einmal Yan hätte auch gereicht. Egal. Alle da unten. Boah. Tun wir es? Tun wir es? Nur die Mutigen tun es? Schau wir an. Er ist Suizid-gefährd. Er tut es. Äh, Geronimo! Schwert überlebt es natürlich. Kein Kratzer. Keine Wunde. Kein Huf gebrochen. Just nothing. Das ist das Skill-Affair. Das ist Epona von The Legend of Zelda. Mount Shaki ist erobert. Guhoi verteidigt es. Und jetzt bleibt dir nur einer. Ne? Wunzong. Und Fahrtseng. Na gut. Fahrtseng. Du kennst deinen Standardspruch. Ich gehe nicht kämpfe. Fahrtseng. Ah, Moment. Moment, ich muss noch gut abtimen. Fahrtseng. Fahr zur Hölle. Nicht richtig erwischt, glaube ich. Gott, wer mit? Das gibt's doch nicht. Ey! Hey! Das lasse ich mir immer nicht bieten wollen. Ich zeig dir, wer hier der Bogenschütze Profis ist. Und Schüss! Will er nicht so richtig wahrhaben. Er gibt sich noch gut geschlagen. Er gibt noch alles. Kämpf bis zum bittere Ende. Vielleicht, ich traue noch Zauzau. Es ist Shao Yuan natürlich richtig aggro. Aber er lässt sich zu leicht provozieren. Also chill da ein bisschen, Shao Yuan. Du willst doch nicht in eine Falle gelockt werden oder so. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Auf Provokation reinfallen im Krieg. Fahrtseng. Fahr zur Hölle. Und joggen wir jetzt ganz gekonnt ab. Egal. Fahrtseng ja nicht. Der kassiert jetzt schön meine Eispfeile. Na gut. Schön kann man nicht sagen, denn der Schaden hält sie in Grenzen. Du hast wohl ein Schaden. Ey, Alter, das ist ein Schaden. Ey! Dein Fächer. Alter! Nicht witzig. Das ist die gerechte Strafe für deine Taten. Wieso geben die leichten Gegner plus acht? Die schwierigen plus vier natürlich. Oh, die shit! Ah, goddammit. Auch Mosu gemacht. Aber kein Problem. Wir durchbrechen die Abwehr ganz wie kot. Und geben dir da ordentlich was auf. Mütze hier. Oh, da kommt ein Pfeil. Wo ist er denn? Da kommt er. Mit seinen Bros und Friends. Hey. Bong Joon. Ah, da bist du. Denkst du dir so? Hier kommt der perfekte Konter. Und zack, von hinten aufgespießt. Naja. Aber die Fails waren wieder da. Ne, mit Chao Yuan. Hahaha. Aber beenden wir das Ganze. Und tschüss. Oh, voll stylisch ausgewichen. Natürlich. Gebt er doch mal. Der alte Knacker. Geh ins Alter, soeim. Wenn du an die Exekutive von der Klapse. Und das ist wirklich der Nen. Komm, Junge. Du. Du hast mich noch nicht verletzt. Du hast mich noch nicht verletzt. Keine Ahnung, der alte Mann. Geht ihn weg. Die Forsten der Süden sind hier! Mein Gott, ich hoffe, dass das, was wir erreicht haben, ihn verletzt werden. Was ist das? Wie ist das? Wie ist das? Fertig mich, wenn du kannst! Komm schon! Ist das jetzt? Wo ist das Glück? Wie ist das? Auch in der Geschichte hat er Pech. Nee, deswegen hasse ich Huan Zhang, ey. Alter, mein Kumpel erschießt, ey. Schau, Johan, ey. Das ist... Einer meiner liebsten Charaktere, ey. Der Sohn hasse ich, ey. Deswegen hasse ich Huan Zhang. Schlimm. Man, diese Kriegsopfer... Ah, ich meine, es ist Schlacht geworden, ne? Schau. 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 Was hast du gerade gesagt? Wir werden von dieser Krieg entfernen. Es ist sinnvoll, dass wir versuchen, zu retten, was wir verloren haben. Aber was ist das, dass du dich und die Todesmacht hast? Geh, Zhang He. Also, es ist die Schlacht nicht mehr geworden und es kommt noch schlimmer. Wir müssen Zhang He spielen. Scheiße. Zum Kotzen. Abwehr ist noch nicht mal drin, ne? Joa, läuft, ne? Das braucht auch kein Mensch hier. Machen wir natürlich Offizierantäter. Rein. Läuft das? Joa, das passt auch. Also, Zhang He ist schwul und hat eine höhere Schnelligkeit. Und eine höhere Angriffsreichweite ohne einen verbesserten Angriff. Und, ja. Schlechte Situation. Der Gegner hat das Momentum. Selbst das Gehreise von Mount Tien-Dong wird vertreten, dass es schwierig sein wird. Wir müssen die Gehreise so schnell wie möglich sein. Es gibt keine Zeit, um die Rehreise zu suchen. Und, wenn du das sagst, immer hier, ne? Ja, wir jetzt wissen. Genialste Stratege Chinas, ne? Ah! Cao Cao! Was? Mein Lord! Ich beteide dich auf dich. Don't let me down. Also, Xiaodun will Rache ausüben, aber die anderen haben keinen Bock drauf. Die sehen das... Hier als aussichtslos, die ganze Schlacht kann nicht mehr gewonnen werden, aber... Na gut. Dann müssen wir fliehen. Entstanden. General! Ich hoffe, dass du mich über mich in dieser Kampf wirst. Ja, ja. Du suchst. Beziehungen zu anderen Männern, ne, Johnny? Jetzt sehen wir mal unseren Gaylord hier in Aktion. Es tut mir leid, ihn immer so zu bezeichnen, aber... Es ist leider so. In Daimis 3 war's noch nicht so. In 4 fing das dann schon an, und jo. So hat sich das dann immer weiter fortgesetzt, ne? Ja, körperliche Kontakte, das Marker doch, der Tari. Das Marker nennt ein Favor! Nee, hast du Bock auf ne Beziehung, hm? Ah, ich pack dich doch gern an mit meinen extra langen Fingernägeln. Ach, sowas sind die Krallen. Ja, wusste ich nicht. Scherz. Was müssen wir noch mal machen? Wir müssen noch fliehen. Wieso tut das denn nicht? Jetzt müssen wir doch kämpfen. L-Logik, äh, äh, äh. Voll keine Logik. Machau ist aufgetauft, aber gut. Soll er da bleiben, wo der Pfeffer wächst? Okay, ne. Doch nicht. Er greift das Hauptlager an. NERZ! Also, nichts wie los, Machau, okay. Vielleicht sucht der ja ne männliche Beziehung. Tch. Ah, Tange. It's okay. Einfach mal so. Hat gar nicht gegen den gekämpft. Mal so schnell. Hat den nicht ownen können. Scheiß bist du, Machau. Ja, für wirst du beüßen. Machau hat ja auch noch seinen Rachefeldzug im Sinn. Denn, so, so, hat ja, Mateng, seinen Vater umgebracht. Ich zog an die Sohn, ich zog an die Sohn. Das ist nicht der ganze Lohn. Nein, das killt hat den auch noch. Natürlich wieder Kavalerie. Machau, ne. Immer mit Kavalerie. Am Start. Ja. Deine Mutter, Machau. Ein Offizier nacheinander aus, du Bastard, du. Oh, wie er nur abhaut. Hallo, Jagu ist hinter dir. Hallo. Oh, du Idiot, Machau. Bleib doch mal stehen. Bist du da? Nein. Was ist los, Mann? Oh, ho, 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 ho. Hallo, Machau. Ich bin auf der Ignorierliste von Machau. Oh, doch nicht. Er hat mich gerade wieder gelöscht. Hä? Boah, Alter. Wie gemein. Wie mein, hier der Ex-Angriff. Achso, die Frage hat sich schon geklärt hier. Zack, 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 zack. Und voll schlecht und voll kacke und richtig daneben, ey. Wie schlecht er ist. Weil ich ihn nie gelevelt hab. Als ob ich Jagu-He leveln würde, ne? Sehe ich so aus, Freunde, sehe ich so aus. Ende aus, Mickey Mouse. Alter, Alter. Hab nicht so gedacht, ne? Ja, Freunde, es wird noch eine lange Nacht, ne? Ihr seht das schon. Der Schaden hält sich in Grenzen. Wir sind Jagu-He. Pass mal auf. Das Licht an den Krallen, oder? Das mache ich nicht gerne, was ich jetzt mache. Aber ich muss es machen, weil sonst... Werden wir hier nie fertig. Weil der Schaden ist echt lame. Aber nichts besseres am Start. Im Ernst? Na gut. Bleiben wir hierbei. Das war auch nicht so der Burner, ne? Ach komm, das ist doch... Vielleicht liegt's auch an Machao. Nicht schön. Ja, wo soll ich denn überall hin? Ich muss auf Mount Chucky. Ich muss... ...Muang Zhong töten. Ich muss Machao töten, weil der sonst... ...ZaoZao raped. Das ist... ich... ja. Der und der ist demoralisiert. Der und der kann nix. Der und der... ...Suck Cox und... Ja. Weil du keine Skills hast. ZaoZen. Cheng Yu, du auch. Du bist auch so ein Noob. Zao Hong, du natürlich auch. Bisschen Honk, ne? Der Honk der Weiharmee. Wang Shuang, von dir brauche ich gar nicht reden. Ja, zu schnell. Na 10 Jahren! Hat... ...Zangy endlich mal geschafft, ihn zu besiegen. Und er sagt... Batschau doch glatt noch. Du bist zu schnell für mich. Are you fucking serious? Kautzang wurde in der Zang genommen, hat auch kein Skill. Ist demnach auch tot. Joa. Weiharmee ist vernichtet, aber... ...Jung Yu darf das Ganze jetzt alleine, Mensch? Gegen sechs Offiziere. Natürlich! Der schwere Modus. Der ungelevelte Zhang He. Na klar. Ja, es ist ja nur Zhang Fei und Huang Song. Schaffe ich doch locker. Sind doch Noobs. Sarkasmus vor dem Win. Ach so, Zhao Yun auch noch, ja. Das ist ja dann kein Problem mehr, ne? Ironie vor dem Win. Hallo, das ist doch krank hier! Natürlich! Sieben Offiziere! Sieben! Sieben Leute! Sieben! Lucky Seven! Unlucky! Alter, habt ihr gelitten? Oh, ich bin so gay! Ich bin Zhang He! Ich bin Zhang He! Uai, tot! Er ist eh bald gestorben. Er leidt an dieser Krankheit. Alter! Es ist ja so krank hier! Alter! Jeder zweite Offizier macht erstmal Musu! Natürlich! Ist ja kein Problem! Zhang He schafft das schon! Ich bin wieder Managed aus! Hier ist ein Mass-Fight hier! Das ist... Dein Stimorius ist ein Heck ins Leben! Spass! Ah, aber nicht so viele Offiziere, man! Und wieso läuft dieser Spass immer weg? Hab ich dir irgendwas getan? Er steht nicht so auf Homos, ist mir klar, aber... Alle Zhang He-Fans da draußen, es tut mir leid, aber... Ihr seht es hier! So! Der ist down! The Freak! Ich hoffe, die laufen jetzt hier nicht einfach so weg! Und tschüss! Oh, wie viel das gehört? Es sind echt sieben! Es sind sieben! Doch, ich werde alle sieben kriegen! Alle verteidigen diesen Außenposten, ist mir scheißegal! Ich will ja nur die Offiziere singen! Ich stelle Verzeihung zu einer Bedrohung da! Und Zhang Fei will mich anrempeln! Denn das gefällt natürlich Zhang He! Weil er sucht ja den körperlichen Kontakt, aber... Ich glaube, er drückt ein bisschen fest zu! Der gute Zhang Fei! One, two, bye, Musu! Heute nicht im Sonderangebot! Eine Rarität! Nein! Joe Yu! Das ist nicht möglich, hier im Schwimmen muss! Ihr seht es ja! So viel schafft auch ich nicht! Und schon gar nicht mit Zhang He! Okay! Lol! Das sind echt sieben Offiziere und ich kann nicht zählen! Das sind sieben! Das sind sieben! Das sind sieben! Das sind sieben! Sieben Stück! BUGELSCHITZE PANI! Alter! Ihr seid doch krank! Ihr habt doch gelitten! Ihr habt doch echt gelitten! Euch geht es wohl zu gut! Habt den Mut! Oh, I'm so gay! Aber Zhang He is schon mal down! I licked it! Einer weniger! Das berühmte Zitat von Xu Xu! Und tschüss! Oh ja! Natürlich war keiner da! Nehme ich erstmal hier den Shield mit! Überleben musst du, Zhang He! Überleben! Ja! Egal! Das ist gut, dass ich rote Energie habe! In diesem Fall ist es sehr gut! Sehr sick geht! Weil dann kann ich wegrennen und die Odin! Anders sehe ich hier keine Chancen mehr! Weil meine Offiziere alle meinten zu sterben! Ja! Kommt mal her! Und tschüss! Mann! Wieder einer down! Super gute Sache! Allerdings soll die mich jetzt immer zu häufig treffen lassen! Und! Shlo Enix zurückschlagen! Damit Zhang Fei nicht down geht! Wieso? Der hatte doch nichts mehr! Doch wahrscheinlich nur einen Strich leben! Aber jetzt haben wir so! Ja! Der! Zhang He! Der ist hier der Shaker! Und nicht der Faker! Hallo! Fahrt senk! Fahrt! Zur Hölle! Es wird wieder ein sehr langer Part! Weil der letzte war ja auch kürzer, Freunde! Deswegen wird dieser hier wieder sehr lange! Ne! Okay! Schlag vom Berg Dijon! Ihr seht's! Wie lang das dann tatsächlich ist! It's okay! Na gut! Zeit zurückzuschlagen! Mit den paar Leutchen, die hier noch anwesend sind! Wer blinkt eigentlich die ganze... Wann Tom? Wird hier nicht Ausschau umgelegt? Nein! Das war... Ja, wenn der da auch noch gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich tot! Noch so Bogenschütze dazwischen! Natürlich! Und den gilt es jetzt auszuschalten! Mit dem bisschen Leben, was noch übrig ist! Aber erst mal gilt es, die Bogenschützen zu töten! So! Mein Freund hier! Zack! Oh! Kein Schaden! Geile Mart! Oh Gott! Das ist wieder einer der stärkeren Offiziere! Ihr habt es gesehen! Machau! Zählte auch dazu! Und... What the hell! Das sind mir zu viele Bogenschütze! Jetzt gibt's Lebenssuche hier! Ja, tut mir sorry! Ist echt knackig gerade! Da die sieben Offiziere auf einmal mich halt gefordert haben! Es ist der schwere Bonus! Ich will mal ein anderes tun! Gegen so viele! Mit nem nicht gelevelten Zang-e! Hallo! Geht jetzt mal baden! Ich weiß zwar nicht, was es mir bringt, diese Scheiß hier einzunehmen! Aber egal! Vielleicht gibt es mir ein Fleischwärchen! Wahrscheinlichkeit beträgt 0,001 Prozent! Aber na gut! Na, immerhin das hier! Die Axt des Kriegsgottes! Ah, toll! Ne, nur solche Power-Ups! Na gut! Ne, gut ist es nicht! Ah, doch! Da hinten! Es ist episch! Nicht gut! So, jetzt hier am besten noch ein Hühnchen drinnen! Dann blicke ich zuversichtlich in die Zukunft! Kein Kommentar! Manche Sachen sollte man unkommentiert lassen! Und das zählt ganz klar dazu! Oh. Mein. Crazy. Shit. Woah! Wo kommt der jetzt auf einmal weg? Ich geh auf keine Kuh out, man! Was, hat der was gegeben? Fleischbällchen? Nee. Nur die Stoße. Wollt schauen! Nerv nicht! Aber ich kann dich nicht besiegen! Ich bin mir zu unsicher, denn ich hab bald Leben! Und jetzt noch mal Listen! Natürlich! Wie krank! Okay, irgendwie sieht es gerade sehr kritisch aus. So kritisch wie noch nie in diesem Let's Play. Deswegen werde ich jetzt oben erstmal hingehen. Kacke ich mal auf Hwang Jong? Wie sieht es eigentlich aus? Wie viele sind da oben auf dem Mount Chucky? Nur einer! Okay! Dann werde ich nicht helfen! Dann werde ich mich um die Truppen im Norden kümmern! Oder gebt ihr mir irgendwelche Heilsachen? Bitte! Bitte! Ach komm, ihr seid scheiße! Scheiße seid ihr! Nur das hier gebt ihr mir immer, ne? Mh! 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 Dann werde ich doch beim Mount Chucky auswählen! Da oben wird es sicherlich Leben geben! Ne? Boah! Das ist hart! Ihr seht schon, schwere Modus mit ungelevelten Charakteren kann bittere Folgen haben! Weil ich spiele freiwillig sicherlich nicht, Djangi! Ich habe nur, mh! Alle Fertigkeit mit dem freigeschaltet! Und, joa! Da nie wieder benutzen, ne? Joa! Schon mal ein Fortschritt! Aber geht noch mehr, ne? Da geht noch mehr! Aber so wie ich schon... Schon ownen können, würde ich sagen! Ich hoffe, der greift jetzt nicht Zauzaus Hauptquartier an! Das wäre nicht so schön! Auf dem Mount Chucky! Sie den nicht wieder recapturen! Aber das passt schon! Es sind noch zwei offiziere von uns! Die sich hoffentlich nicht so leicht geschlagen geben! Und das war wieder mal sehr lame! Nur ein 50er Fleischbällchen! Jetzt kommt schon bitte ihr Hähnchen oder so! Hähnchen! Das habe ich doch gern! So, jetzt noch Chen Dao gerade killen! Dann haben wir's! Joa, die haben tatsächlich hier Probleme gegen einen Offizier! Wirklich? Warum Zölne? Zölne so stark! Das will ich mal selbst prüfen, ne? Das will ich selbst prüfen! Ist er gar nicht! Weil die Achse des Kriegsgottes hast! Das stimmt! Das stimmt, Leute! Und... Tschüss, Mann! Ach, komm! Komm! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Nein, dein goddamn Ernst! Don't! Jackie ist gerettet! Jackie, jump! Jetzt können wir uns Hwangjong widmen! Und... Trotzdem müssen wir noch aufpassen, denn da sind ganz viele Armerläste! Und ich hab schon wieder verdammt viel verloren! Sind die Bogenschützen! Goddammit! Und... Apropos Bogenschütze! Hey, Hwangjong! Wie geht's? Wo ist er denn gleich? Gleich kommt er! Der alte Knacker! Müssen ihn unbedingt töten! Denn er... Ciao, Yuan! Umgebracht! Und... Rache ist süß! Nicht sauer! Dann würde die Rache nicht Zitrone heißen! Hwangjong! Fahr zur Hölle! Obwohl du nicht Fahrzeug bist! Darfst du trotzdem... Töne fahren, Mann! Dreckskerl! Kannst du nur so asozial und... Grausam sein! Einfach... Ciao, Yuan zu töten, Mann! Was aber klappt ist, du? Krieg hat deinen Kopf vernebelt! Niobay würdest du auch alles machen, oder was? Von der Brücke springen, oder was? Ah! Ah! Wäre doch nicht mal ab! Nur mal den Burgers! Schau, Yuan konnte auch nicht ab, der mit dem Boom! Bei ihm ist er dein Hals zerbrochen! Passiert's bei dir nicht! Fühlt sich deswegen cooler, als bist Chuck Norris! Denke keins vom Bein! Watch and learn! Ja, warum denn? Ich will nicht lernen, daneben zu schießen, du du! Das haben wir gleich! Hoffe ich doch mal! So, da fährt ich ihm ab! Jetzt muss ich sagen, Chang'e suckt, aber der Angriff hat's da, ey! Das hört er zwar gerne, was ich nicht will, aber... Muss ich sagen... Der Ex-Angriff ist cool! Hätte ich schon mal gerne den Warriors Archie 3 benutzt! Mann, jetzt spielt er Bahn! Oh! Sofort kontern, wenn er euch hat, weil so viele Pfeile sind nicht sehr förderlich! Ja, jetzt Konter-Attack oder was? Mit den paar Truppen doch! Natürlich! Wir wollen ja den Sieg nach Hause tragen! Boah, jetzt die ganze Arberliste! Mh-h-h-h! Oh Gott! Oh, I'm crazy shit! What the hell?! Schnell da rein, man! Schnell da rein! Oh Gott! Oh shit! Oh yeah, gerettet! Faxi! Bist du dafür verantwortlich für dieses... Spektakel! Dann musst du dafür büßen! Nein! Und das... Ganz umsonst angeschult werden! So... Wirklich, tut mir leid an alle Jungle-Fans, aber ihr wird hier leider in Dynasty Warriors so dargestellt wie ein Homo! Aber... Naja... Gehen das so eine, ne? It's okay! To be gay! So, fängt sie! Ist auch... Schon mal gleich... Amarscht denn die erste Hälfte! Seines Lebens ist schon mal runter! Boah, Mann! Das gibt's doch nicht, ey! Wir sind die jetzt alle so stark geworden! Ich glaube, wir nähern uns wirklich dem Finale der Way-Story! Wenn's nicht schon das Finale ist, ich hab nicht da sowas in Erinnerung! Das relativ früh endete! Boah, kommt doch bestimmt auch die Wuzange eben! Nee, kommt doch immer! Hey! Da spiel ich nie mit! Das hat sogar die Brigitte! Und ich kann hier auch noch gerade besiegen! Hören wir nicht! Das Base hier! Robert, die Base! Was auch immer! Die Basis! And the freak is down! Jetzt können wir hier die ganzen Ballisten zerstören! Bist du dafür verantwortlich, ja? Denn... musst du dafür büßen! Aber erstmal müsst ihr andere dafür büßen! Ihr Scheiß-Müro-Geschütze! Ihr seid so dreckig! So fies! Achso, die kann ja auch so zerstören, die Armerlässe! Na gut! Mach ich aber nicht! Doch! Wenn ich schon dabei bin, ne? Oh, jeden Forsmitz! Ja, reicht ja nicht, was hier schon ein Gegner rumhampeln, ne? Hä? Was zur Hölle? Irgendwas habe ich doch falsch gemacht! Das kann doch nicht so krass sein! Das ist das Finale! Das Finale der Base-Story! Das ist ja krass! Kann ja nur sein! Geil! Jetzt in dieser Situation noch Verstärkung kommt! Denn ist da was faul dran! Und stier! Wie krank! Achso, ich soll die doch zerstören! Alle Ballisten zerstören! Ja, kein Problem! Dann mach ich doch gerne! Denn ich hab die Axt des Kriegsgottes und das Ganze geht ganz schnell vonstatten! Und geh! Stier! Oh, diese hässlichen Teile müssen zerstört werden! Drohe doch unser schönes Land! Mal so zu reden! Wie zarrere! Alle Arbelästen wurden zerstört! Los zum Berg, Tiangang! Zumindest ist es die Truppen, die noch am Leben sind, liebbar! Ja, sprich noch mehr in Metaphern! Danke! Nur weil du einen auf Gelehrten machst! Ist nicht in ne Schlacht auszureden, Mann! Tick-dick! Och, scheiß Dreck! Hält ja auch so viel aus, Mann! Ist ja nicht lustig mit dir! Mit dir spiele ich aber nicht gerne! Ich fühle, dass ich cool... Oh, hier hab Fächer, ey! Fächer ist stabil, ey! Kannst du alles mit abwehren! Alter! Nein, 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 nein! Ihr wisst, wie ich Bogenschütze verachte! Deswegen mache ich kurzen Prozess mit euch! Now forward! Now forward! Und shit! Na, nicht ganz, ist aber gleich... Okay, geht baden! Dann soll das tun! Andererseits will ich schon die Erfahrung... Deswegen muss ich noch bis... Ja, komm, da fehlt hier auch lieber viel! Der ist ja schon gleich da! Oh, der kranke Typ hier! Der kranke Typ! Hallo, jetzt nicht weglaufen! Oh, feige Sau hier! Kämpfe wie ein Mann! Wobei, es tut Zanghi auch nicht! Hehehehe! Schon wieder fast tot! Und diesen 50er Fleischmälchen sehen wir noch älter aus! Das will ich aber nicht hören, dass ich alt aussehe! Ich sehe ja perfekt aus! Bin Zahe! Sowas nicht gemeint, du Sack! Masu! Wir kennen uns ja noch, ne? Von Jia Ting! Hä? Habe ich dich doch penetriert! Umstellt und vernichtet! Du Sack! Ach komm, Masu! Nur weil du deinen Bogenschützer an deiner Seite hast, brauchst du nicht so einen auf... Pro machen! Ist nicht witzig! Sonst muss ich auch mal andere Seiten aufschlagen, ne? Dann schlitze ich dir auf! Wurde schon mal von der Katze gekratzt! Dieses Ergebnis wirst du nicht jetzt auch wieder erfahren, falls ja... Nur noch schlimmer, denn Jangis Krallen sind um einiges grausamer als die einer Schmuselkatze! Ja, Masu! Willst du uns nicht freiwillig das Tor öffnen, oder muss ich es auf die gewaltsame Art und Weise machen? Okay! Die Antwort kam schneller als erwartet! Auf die gewaltsame Art und Weise! Molochol! Molochol konzipiert von Yu Jing! Sofort vernichten die gefährlichen Dinger! Sie sind auch relativ schnell zerstört, trotz hoher Lebens! Ich würde sagen, wir kümmern uns nicht mehr um die anderen Offiziere! Wir greifen sofort Juge Liang an! Und tschüss! Mit Yanyan an seiner Seite! Gibt es was? Fast! Ich hab dich erfasst! Oh, Yu Jing ist ja auch noch! Wow! Hier sind ja wieder so viele Offiziere! Es geht ja auf keine Kuh out! Hallo! Es geht ja gar nicht! Wie viele hier einfach sind! Nichts sehr witzig! Ja, Axt des Kriegsrolls und Rüstung des Kriegsrolls! So, jetzt können wir hier aufmischen! Und... Forward! Und zack! Forward! Oh Gott! Yanyan! Yu Jing! Und... Zuge! Jun bestimmt! Ja! Zuge Jun! Alle hier gegen mich! Wieder so viele Offiziere! Also, diese Schlacht ist mit Abstand hier hat es sie! Wir haben es jetzt hatten! Im Ernst! Licht vielleicht an Zhang Yi! Natürlich, wenn ich das mit Lu Wu machen würde, wäre alles chillig! Aber es ist ja nicht der Fall! Thuan Quan! Hat eben besiegt! Thuan Quan! Auch einer von Liuzan! Sehr cooler Offiziere, wie ich finde! Was Yanyan nicht ist! Schon gar nicht diese Bogenschütze! Die für keine Späße mal offen sind! Alter! Bist du vom Winde verweht oder was soll das hier mit dem ganzen Wind, ey? Du sorgst für ordentlich Aufwind, ne? Wind of Change! Wind of Change! The Wind of Change! The Wind of Change! The Wind of Change! So, my friend! Boah, voll die Blitze, ey! Master of the Thunder! Mach da einen auf Tor! Boah, tausend Gegner schon gekillt! Ich sag ja, diese Schlacht, die ist so krank! Die ist so krank, Mann! Das ist ja wohl der Beweis hier, dass es auf keine Kuhhaut geht, ey! Auf jeden Fall die Rüstung mitnehmen, denn für den Musumangriff bin ich sonst nicht gewappnet! Und tschüss, Yuyang! Juyang, bitte nicht raiden, dass ich deine Frau umgebracht hab! Bleib ruhig! Wow! Wow! Mach da den super, Thunder! Aber ich bin zum Glück noch mit dem Doppelsprung entkommen! Boah, wie fehlt der... Wie fehlt der Ausmaß? Und... Nein! Die Drecksgegner schlechthin hoch schützen! Oh, Schlitz! Mann, jetzt... Fahrt zur Hölle! Fahrt zur Hölle! Ja, natürlich wieder Rot hier! Das ist Hardcore hier! Hardcore, Halleluja! Ja, jetzt haben wir's aber gleich! Yuyang! Das ist verdammt! Verdammt zum Sterben! Oh, jetzt kommt Huaquan noch mit seiner Atzentruppe! Nein! Schnell, ich muss dich schneller besiegeln! Nicht, dass Huaquan hier noch aufkreuzt! Nicht sehr nett! Ja, das war's! Und tschüss, Mann! Tja, Huaquan! Du wirst zu spät gekommen! Präparations für unsere Retreat sind komplett! In der Tat! We must not waste more lives! In der Tat! Das war's! 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 Der hat mich versag costume erst ein Standut! Der hat mich best. Ich habe mich leicht investiert! Ich bin ohne Bile des Alpes! Das war's! Der hat über precautioniviles patreon! Nein! Ich bin weit Matsch! Ich bin darauf einlvianer! Ich bin zume. Die Provinz des Jing. In den Tag von den drei Reicheln, war es einer der größten strettliche Lieblingsstexten in der Land. Und so lange als die Gwang Yu-U-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu. Und genau wie er predigte, Guanyu kam nach vorne und hat Weih's stronghold von Phan Castle. All dies war ein Elaborator, um den Schuh-Warrior zu verabschieden. Um dieses Plan zu verabschieden, er hat sich die Lande von Hanzhong, als auch seine Vertreter Vertreter, Sha Hu Yuan. However, Cao Cao hat keine Regretungen. Denn Sha Hu Yuan hat seine Verantwortung gewählt, zu wissen, dass es helfen würde, seinen Master zu führen, zu seinem ultimalen Ziel der Konkastung. Mit welchen kleinen Leben, Cao Cao hat remaining, er wusste, dass er muss, um seine Vergangenheit zu verabschieden. Er hat Suma Yi und seine Männer zusammenarbeitet mit Wu, um zu verabschieden, Guanyu zu verabschieden. Er hat nur das kleinste Hint von seinem Seidens, bei der Verlust von seinem rechten Handmann, oder von seinem eigenen Weakten-State, wegen der Illness. Er hat endlich den Preis von Cao Cao's Ambition, hat er nahezu mit ihm begonnen. Schau du in die Schlacht an der Burg, Phan! Ich muss ihn töten, Guanyu zu töten. Wir arbeiten mit Wu, um ihn töten zu töten. Es gibt keine Gelegenheit, um ihn zu gehen. Sie denken, dass ich nicht über deine Krankheit wusste? Wir haben keine Zeit, um zu sitzen, um zu warten und warten, um Wu zu verabschieden. Guanyu zu verabschieden, um unsere Regeln näher zu bringen. Aber es ist nicht der Ende der Welt. Bevor du sterben, ich werde dir zumindest eine Glippe von deinem Leben zeigen. Oh yeah! Aber erst im nächsten Part, der Part war sowieso schon lange genug. Und ich weiß, dass die Schlacht an der Farmcastle das Ende der Welt-Story ist. Also verpasst nicht das Finale! Und ihr habt vieler langen Part gehabt. Ein ziemlich spannender mit Jungie und lustiger mit Shao Yuan. Wobei, das ist ein blödes Endenamen. Der arme Shao Yuan. Es tut mir auch leid um ihn wirklich. Gerade wird es einer meiner Lieblingscharakter ist. Aber Shao Du wird sich im nächsten Part auf den Rachefeldzug begeben. Und alle, die ihn genauso mochten wie ich, werden sich genauso auf den Rachefeldzug dann freuen. Also Freunde! Nicht verpassen! Daumen hoch, wenn es gefallen hat! Falls nicht! Und das Video auch gerne favoritieren! Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal! Ich wünsche euch einen schönen Tag! Bis dann! Und ciao! Danke fürs Ansehen! Das Finale der Welt-Story im nächsten Part! Das Finale der Welt-Story im nächsten Part!